Erst mal raus aus dem Maschinenblick, dass ihr ins Mittelfeld reinkommt. Es findet uns ins Mittelfeld. Ich weiß, man muss natürlich am Anfang ein bisschen Gas geben, aber sonst haben wir keine Chance. Von hinten kommt nix. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr an der Außenseite immer noch das Mutipo verwandelt. Von Wally, wie geht das denn? Mutipo von Wally von der Außenseite mit der letzten Attacke! Ah, Mutipo! Er hat sich gerade die Karte im Speck auf die Tage. Mutipo gegen Wally, gegen den deutschen Moos. Dann war's. ? ? ? ? ?